Hier ist wieder euer innerer Schweinehund aus Altena. Jetzt seht ihr, wie Torben Satori und... Oh, da wird schon wieder geschleichelt. Den Bizeps und La trainieren. Und los geht's. Guck. Mach. Feuer. Wie geht das? Oh, scheiße. Ich denke, das geht nicht. Alter, schau mal, was du brennst. Also, wenn du es kommst, komm mal. Schwaa.